Hallo, mir ist warm, wir waren in diesem Haus, ich erinnere mich, und ich wollte noch, wir waren müde, ja, 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 jetzt macht's Klick bei mir, ähm, ich muss gleich mal, wie lange, 10 Stunden, hm, hm, irgendwie will ich ja eigentlich nicht das Risiko eingehen, aber, ich glaube, draußen ist nicht so, klingt irgendwie ein bisschen stürmisch, ja, ähm, ich hatte heute einen wundervollen Tag, überhaupt gar nicht, äh, oh, was steht denn hier, eine Tasse Kräutertee, nehme ich mit, weil das Problem ist, dass mir, äh, meine, meine untere rechte Kauleiste, auch Zähne genannt, zu schaffen machen, äh, das sind immer noch, man mag es kaum glauben, die Nachwirkung von meiner Weisheitszahn-OP, weil durch diese Weisheitszahn-OP, ähm, da wurde, ah ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal, wurde ja vorher ein Röntgenbild gemacht, und in diesem Röntgenbild wurde dann erkannt, dass, äh, ähm, der Weisheitszahn schon sozusagen den, den, äh, ich muss hier gucken, was der Zahn nicht ist, also nicht der, nicht die, 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 äh, der Zahn neben dem Weisheitszahn, der Backenzahn, keine Ahnung, ich bin kein Zahnarzt, äh, auf jeden Fall hat der Zahn, äh, der Weisheitszahn kurioserweise einen Zahn vor ihm sozusagen kaputt gemacht, dadurch durch diese, die, ja, wie gesagt, er hat halt die Schoben und die Schoben von hinten, und hat dadurch etwas kaputt gemacht. Haben wir, oh Gott, und mir ist so warm gerade, ich merke gerade, ich hab den Lüfter ausgemacht, jetzt ist es so warm auf einmal, oh Gott, ich zer... ...fließe? Äh, na, zerfließt anscheinend auch. Ja, und, äh, das Problem daran ist, dass der, nach der Weisheitszahn-OP ist dann halt der Zahn gezogen worden, ganz klar, der war kaputt, der musste raus, äh, hätte mir irgendwann wehltan, äh, ist auch kein Ding. Und, äh, da kommt jetzt, nee, nee, Z brauchen wir nicht, da kommt jetzt eine, eine Brücke rüber, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, vielleicht hat jemand von euch selber eine Brücke, ich find sowas, ey, sagt nicht schlimm, sind Zähne, Zähne können kaputt, die einem passiert, und, ähm, ja, und das, äh, ist nicht so, ich glaub, wir sollten schlafen gehen mal, und wenn's nur für zwei Stunden ist. Ja, und das wird, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Prozedere, da werden sozusagen die zwei noch gesunden Zähne abgeschliffen, und dann wird, so lange wie Zeit dauert, dass die Brücke hergestellt wird, und in meinem Fall ist das jetzt eine knappe Woche. Jetzt, Wetter klingt jetzt besser, äh, wird dann halt, wird dann halt die Brücke raufgesetzt, und derzeit hat man so provisorische Zähne drüber, das ist super lustig. Was da dran überhaupt gar nicht lustig ist, ist, dass das, die sind halt nur, das ist halt Kunststoff, der einfach nur so draufgebappt wird, und, ähm, mir bereitet's unheimlich Zahnschmerzen, weil das so empfindlich, äh, ach ja, es schneit. Wollen wir's trotzdem versuchen? Einfach weil wir was können? Oder meint das Kacke? Ja, wie gesagt, das ist halt super empfindlich, da muss halt nur was rankommen, ich hab auch so ein komisches Fluridzeug dazu bekommen, aber das tut halt weh, und nervt mich, und wirft mich super doll aus der Bahn, muss ich zugeben. Weil ich bin, was mich auch oft aus der Bahn wirft, ist dieses Wetter, wenn ich ehrlich bin. Ich trau dem Wetter nicht, ich schlaf mal noch ne Stunde, und dann guck ich mal. Und ich wollt eigentlich so viel schaffen heute, und hab gar nix hier schafft, und hab sogar überlegt, ob ich jetzt, ähm, ich muss heute aufnehmen, ich hab keine Parts mehr für so langen Tag, sonst hätte ich halt morgen ausfallen lassen müssen, hab ich kurzzeitig überlegt, und dann dachte ich mir, Mensch, Annika, nimm einfach mal ne Tablette, und dann halt noch die Tabletten rausgekramt, die ich noch von meiner OP hatte, da, von der Weißerzahn-OP. So, ich schlaf mal eine Stunde. Oh ja, wir haben Fragezeichen, gut. Zum Glück sind wir nicht rausgegangen, wir bleiben jetzt hier, ist okay, wir haben alles, was wir brauchen, äh, und ich hab Sachen zu erzählen, von daher kein Problem. Ja, äh, wie gesagt, deswegen hab ich mich total ein bisschen aus der Bahn geworfen, äh, deswegen seid mir nicht böse, wenn's vielleicht passieren kann, wie ihr sagt, ich hab Dinger jetzt noch, die Dinger, klingt total komisch, ähm, jetzt noch, äh, na, bis Donnerstag, Donnerstag krieg ich da die richtigen Reihen, reingeklebt sozusagen, ähm, ja, seid mir nicht böse, wenn, wenn vielleicht bis dahin mal was ausfällt, weil ich's vielleicht nicht schaffe, weil, ach ja, es ist halt, äh, mega unangenehm. Ich versuch's zu vermeiden. Muss ich sagen, die Tablette hat grad gut angeschlagen. Aber ich nehm halt nur ungern Tabletten, von daher ist das nicht so mein Ding. Und mir ist so warm und ich klebe mein Stuhl fest, weil der aus Leder ist, ich krieg die Macke. Oh, ich hasse das. Ich bin kein Sommermensch. Merkt man bestimmt gar nicht, ne? Oh Gott, so, äh, was machen wir denn jetzt hier? Wir wollen schlafen. Komm, wir schlafen jetzt einfach. Es ist sowieso Sturm draußen. Ja, nur so als kleine Vorwarnung ist es immer schwer, es ist immer schwer zu sagen, öh, heute fällt was aus, weil, ähm, auf Facebook ist, glaub ich, nicht jeder von euch, ne? Haktet ihr viel? Und irgendwie so klein, kleinest, schnellest Video auf YouTube machen, hab ich manchmal dann das Gefühl, dass irgendwann, äh, wie so eine Playlist von, weiß ich nicht, wie vielen Videos haben, wo immer nur steht, wo immer nur so für eine Minute gesagt wird, ähm, ja, heute kommt kein Video oder so, das fängt auch komisch. Wär cool, wenn's bei YouTube sowas, die bauen jeden Nonsens ein, aber wie so ein, so ein Newsfeed oder sowas, wo man so selber auf seinem Kanal, wenn's nur so eine kleine Überschrift ist, ne, so als News, so Tagesnews oder so, das wär cool. Warum machen sie so einen Unsinn nicht? Jeden Scheiß bauen die ein, aber sowas nicht. Ja, ist ja. Vielleicht sollte man mal da was sagen, obwohl so auf uns hört der Kena. Neun Stunden Dunkelheit, ich warte mal vier und den Rest schlafe ich wieder. Oh Gott, ist mir warm, entschuldigt. Mir ist wirklich warm. Warm, 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 warm. Warm. Oh, wir haben Durst. Wir, oh, wir haben Durst, wir haben Durst, wir haben Durst. Ich hab auch meine, meine Haare hochgemacht, das ist mit am schlimmsten, muss ich sagen. Die, meine Haarlänge ist wie ein Schal, den man trägt bei dem Wetter. Wirklich, wie ein Schal. Und das ist wirklich, sonst beneinde ich immer alle Leute, um die deine Haare im Sommer irgendwie nicht. Versteh gar nicht, warum. Bläh, ist wirklich unanirnehm. So, und soviel es aussieht, bleibt es noch eine Weile so, ne? Nur gesehen, jetzt einmal in der Woche wird es, ähm, wohl nur, nur 23 Grad da. Dann geht es gleich wieder hoch auf 26 Grad. Hm, naja. Ach, ja, apropos, Prost auf euch. 61 Tage. Ich werd verrückt. Ich schlafe nochmal zwei Stunden. E-Cover bei euch ist nicht so warm. Vielleicht ne gute Klima habt oder irgendwas anderes, was euch einigermaßen davon abhält, zu doll zu schwitzen. Der arme Data, Data, ich hab schon überlegt, ob ich Data wegbringe, zu meinen Eltern oder das ist ne Fackel, weil der liegt nur pratschig da und das ist ein bisschen, das ist für Hasen nicht so gut. Die sind da sehr empfindlich dagegen. muss ich mal schauen. Es ist nur schwierig, alleine immer, ähm, ach, wie schön. Es ist ein bisschen windig, aber geht schon. Warte, wer das? Das ist schon wieder ein Reh. Ist das immer an der gleichen Stelle? Ähm, was wollte ich sagen? Achso, Data. Ja, es ist schwierig, ähm, Data alleine wegzukriegen, weil Data, Datas Käfig ist so groß, dass der gerade mal in mein Auto passt, wenn ich die Rücksitze nach vorne klappe. So muss man sich das vorstellen. Ist halt ein Riesenkäfig, weil ich halt, äh, dem Tier, äh, genug Raum geben möchte, ne? Und deswegen ist es immer ein bisschen blöd. Mal gucken, ob einer der Jungs irgendwie die Woche da ist. Vielleicht kann da jemand mir helfen. war auch letztens mit dem Steffen im Kino und wir haben Suicide Squad geguckt. Und, ja, ich muss sagen, ich als, also, ich mag ja, bin ja eher so der DC-Typ und nicht der Marvel-Typ. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich war sehr unterhalten. Ich habe nur auch am Anfang auf die Schnittfehler geachtet, danach nicht mehr. und, ich muss ja wirklich sagen, und das spricht jetzt, also, ich habe mal 30 Seconds to Mars gehört und, ähm, ich fand die auch ganz gut, aber ich bin jetzt nicht so ein Über-Fan von Jared Leto eigentlich. Ich weiß, dass der wirklich gut singen kann und alles, wohl zur Hölle laufe ich jetzt eigentlich gerade hier lang. Und, ich muss aber sagen, ich weiß, dass der Schauspieler an kann, der Mann. Ich habe viele Filme mit ihm schon gesehen, die wirklich sehr gut sind. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich, ja, also, wie soll ich das ausdrücken? Heath Ledger als Joker war schon sehr, sehr gut. Also, das war nicht gut, das war der, der Mann war so gut in der Rolle, dass seine Rolle zugrunde gegangen ist. Äh, das ist schon ein bisschen sehr krass, ne? Und, davor die Schauspieler, die den Joker gespielt haben, haben ja auch keinen schlechten Job gemacht. Aber ich muss sagen, Jared Leto ist schon, ich muss sagen, hallo, Reh. Ich muss sagen, der hat da, der hat es wirklich gut gemacht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich saß so in den ersten Szenen, wo man ihn so sieht als Joker. Es gibt übrigens Leute, die haben DC, DC oder die Firma, ich weiß gar nicht, wen die verklagt haben, dass die so viele, viele Szenen rausgeschnitten haben vom Joker. Die wollten mehr Joker-Szenen sehen. Was ist mit den Leuten los? Was, warum? War, hä? Als ob der, der, der Film heißt Suicide Squad und nicht Joker. Wie ist denn? Mhm, na, anscheinend geht es da nicht lang. Also müssen wir mal hier lang. Ja, also ich weiß auch nicht, ich fand den auch gut eingesetzt, also so von den Szenen her fand ich alles super. Und ich fand Jared Leto so eigentlich, also, wirklich gut. Sehr, sehr gut. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also, war sehr unterhalten. Und ich weiß, warum bei 9Gag überall steht, dass so Halloween ganz, wo sind wir hier? Ganz viele Haare. Oh mein Gott! Ja, ist es, was? Ist es, ist es der? Oh Gott. Ähm. Hallo? Oh. Aha. Aha. Hm. Wollen wir einen Bär töten? Wir könnten einen Bär töten aufgrund, dass hier, dass hier eine Hütte ist, wo wir reinrennen können. Oh Gott, der läuft genau dahin, wo wir hinwollen. Scheiße. Ey, Bär! Jetzt mal ganz kurz. Wenn das wirklich der Turm ist, ich möchte einfach nur mal wissen, reagiert der da drauf? Ich finde es gut, dass das den Bären wirklich gar nicht... Ach, ist das da so eine... ist das keine... Hatten wir mal so eine Bärenhöhle gesehen? Kacke, ey. Die müssen ja da lang, ne? Warum ist denn der gerade stehen geblieben? Oh je, das kann ja was werden. Wir müssen den jetzt hinterher trotteln. Ja, also ich kann euch nur wirklich nur empfehlen. Suicide Squad, super. Ich war sehr gut unterhalten. Ich mag auch, mochte auch die anderen Charaktere sehr. gerade Will Smith. Der hat sich bei mir nur ein bisschen... Ja, durch diese Oscar-Sache da so, das fand ich halt ein bisschen bescheuert von ihm, aber egal. Aber ich mag den. Der bleibt für mich immer der Prince of the Air und der spielt ja seine Rollen immer gut. Ich habe ja Warcraft angeguckt, obwohl ich noch nie WoW gespielt habe. Und ich muss sagen, selten so einen krassen Scheiße sehen. Also, das animierte, WoW kam das her? Das sah so gut aus. Die Orks, die Horne. Na nü. Und mir wurde auch gesagt, also ich musste, saß im Kino und dachte mir, da sind bestimmt einige Sachen drin. Ah ja. Okay, hier ist die Bärenhülle. Kann mir eigentlich jemand verraten, was ich hier mache? Ich renne dem Bären hinterher. Was, was, was? Was mache ich denn jetzt? Hier ist die. Kann ich auch da hinten lang gehen? Wollen wir mal gucken? Ich gehe erstmal in diesen Trailer rein. Ja, wie gesagt, also ich kenne, ich kenne nichts von Warcraft, aber ich konnte mir dabei, bei dem Film denken, dass da viele Sachen, wo drin sind, die die Fans ganz toll finden. Und es wurde mir dann auch bestätigt von Leuten, die seit Jahren World of Warcraft spielen. Es ist ja, glaube ich, wenn ich die richtig verstanden habe, sozusagen wie so eine Vorgeschichte davon, von... Hä? Achso, wir waren hier schon. Ich habe gerade schon... Welcher Wohnwagen? Ich weiß, dass wir hier oben sind, aber warum habe ich denn den Aussichtsturm noch nie gesehen? Weil ich nie hier oben lang gehe, oder? Ich bin sehr verwirrt gerade und ich traue mich da nicht lang. Geh mal ganz kurz hier runter. Wir haben auch Wölfe gehört. Ich weiß nicht, ob ich auch unten lang gehen kann. Wo war der Turm jetzt nochmal? Oh Gott, ich bin verwirrt. Kommt der wieder zurück, der Bär? Läuft der immer hin und her? Der Bär? Oh Gott, dieser Turm, der ist so nah und doch so fern. Oh Gott, ich bin einfach mal mutig und laufe, ne? Und versuche zu horchen. Deswegen ist nicht so viel mit reden gerade. Ich muss horchen, wo der Bär ist. Ich sollte eher horchen, wo der Wolf ist, ne? Wo kam er denn jetzt her? Witz, 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 ächne! Wolf! Fucking ernst, ey, wirklich! Die Musik... Ich muss ehrlich sagen, bei der Musik hat immer das Gefühl, Karl kommt. Die kam... Kommt die nicht immer, wenn Karl in der Nähe war? Habe ich die Herausforderung hier wechselt? Nee. Tut mir leid, ich habe so einen Respekt vor diesem Bär. Ich muss horchen. Oh Gott, der tut mir leid. Grattet hier. Wir sind schon sehr weit gekommen heute, wirklich. Wie komme ich da hoch? Wie bin ich schon mal da hochgekommen? Sollte ich vielleicht hier ein bisschen querfett eingehen und dann nach da? Oh Gott. Ihr sagt, selbst das Schleichen hilft uns ja nicht. Das haben wir auch schon mal mitbekommen. Und da komme ich nicht rüber, glaube ich, über die Balken. Wo geht denn da der Bär lang? Wenn ich mal fragen darf. Mannika ist verwirrt. Was ist denn hier los? Ich höre ihn, oder? Ich glaube, ich mache das Spiel gerade spannender, als es gerade eigentlich ist. Können wir hier durch? Ich hoffe doch. Alter Schwede, was ist denn nur los? Und das bringt die Sachlage auch nicht weiter. Das wird mir dadurch noch wärmer. Wenn ich so angespannt bin, dann wird mir natürlich warm dabei. Ist ja normal. Klang gerade so, als ob er links von uns ist. Geht's da überhaupt da lang? Wo ist denn? Ich hab den Turm verloren. Ist es jetzt schlau, hier nach oben zu gehen? Ich wette mit euch, wir langen irgendwann zu Mino oder so. Nicht da, wo wir wollen. Sollten wir hier hoch? Oh Mann, ey. Fragen über Fragen. Oh Gott, das wollte ich nicht drücken. Ich geh jetzt mal hier lang. Weil höher ist ja eigentlich gut. Der lag ja höher, ne? Und ich glaube, der Bär geht eher in diese Richtung als hier lang. Hoffe ich. Hm. Ach, kann nicht sein, dass da... Ich geh jetzt trotzdem erstmal hier lang. Kann nicht sein, dass da um diese Hütten sind? Und wir wirklich gerade eher Richtung Mine gehen? Zur Übergang, zum Pleasant Rally? Ich will nicht zum Pleasant Rally. da müssen wir nicht mehr hin. Hoffe ich doch. Tu, 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 tu. Aber diese Bärenhöhle, die ist irgendwie im Kopf geblieben, muss ich sagen. Ne, hier sind... Hä? Ich weiß nicht mehr, jetzt weiß ich... Ne, ich dachte, hier geht es lang, aber tut es nicht. Und ich glaube, so schnell ist der Bär nicht hier hochzukommen. Okay, ist nur der Wind. Uns geht es noch gut, einigermaßen gut. Ich sehe irgendwo den Turm. Ist das ein Bär? Ne. Was ist denn das da? Sieht so seltsam aus. Ach, das ist nur ein Stein, oder? Oh, wo ist denn der Turm? Ich sehe den Turm nicht mehr. Der kann nur nicht weg sein. Der Part ist zu Ende. Eigentlich. Ui, ui, ui. Bistet der hier jetzt nicht irgendwo sein, der währt Turm? Dann würde ich sagen, im nächsten Part hoffe ich... Wir kommen mal ein bisschen besser hier durch. Und wir kommen beim Turm an. Das wäre ja ein Traum. Das wäre wirklich ein Traum. Ich stelle mich jetzt erstmal ganz kurz hier so in diese Ecke. Mache mal diesen. Versuche damit das Spiel anzuhalten. Und kann mich nicht mehr bewegen, weil ich am Stuhl jetzt festklebe. Das ist gut. Ich bleibe einfach so sitzen und verabschiede mich von euch und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe keine Ausfälle. Mal gucken, wie lange mich das da noch ärgert. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020